Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte auch die ganzen neun Abonnenten herzlich willkommen heißen. Und da habe ich mir heute einen ganz besonderen Mix überlegt. Ich werde auf jeden Fall euch meinen Garten vorstellen, aber in einer anderen Variante, als das meine Abonnenten bisher gewohnt sind. Des Weiteren gibt es weitere Impressionen aus Erftstadt. Da habe ich noch ein bisschen mehr Bildmaterial, Videomaterial. Es gab Interviews, das möchte ich euch nicht voreinhalten. Und dann werde ich letztendlich das ganze Thema auch abschließen. Davon ab, es hat sich super viel getan im Garten. Es ist alles am Wachsen. Lasst euch überraschen, bleibt dran. Ich stehe jetzt hier vor meinem Kleingarten, einem Permakulturgarten. Ich denke mal eher, was ist selteneres in den Kleingärtenkolonien. Aber ich möchte euch draußen hier anstecken. Also ich habe hier ein Grundstück gepachtet. Das sind ungefähr 650 Quadratmeter. Ich habe das in verschiedene Zonen aufgeteilt. Jetzt einmal im Uhrträger Sinn rumgehen. Vorne eine gute Sitzgelegenheit, wohl im Moment weniger. Aber auf jeden Fall Platz für Blumen, Sonnenblumen. Die werden auch noch hinkommen. Kartoffelacker. Ja, dann könnt ihr sehen, da habe ich ein Naturhochbeet, also ein Grassodenhochbeet. Hier in der Mitte entsteht das Zuschauerbeet. Wer das noch nicht kennt, ich werde das mal oben rechts verlinken. Da habe ich eine ausführliche Folge dazu gemacht. Und dann hier rechts neben mir ein Kiholbeet, ein selbstdüngendes Beet. Mit dem Wind muss man bei mir leben. Ich komme aus dem hohen Norden. Das ist hier nicht so einfach. Ich warte hier immer wieder auf Windstille-Situationen. Ist aber nicht der Fall. Ja, hier vorne ganz wenig Beetbenutzung. Ihr könnt den Knoblauch sehen. Der Rest wird noch genutzt und vorbereitet. Hier vorne auch definitiv alles in Arbeit. Da warten auch noch Grassoden, die weg sollen. Und hier vorne habe ich dann auch noch wieder Sonnenblumen drin, aber auch am Rande den Mais. Meine Foodsharing-Auslage ist ja ein Herzensprojekt von mir. Mir geht es darum, Essen teilen statt wegwerfen. Und teilen ist sowieso eine schöne Sache. Deswegen steht das Ding hier. Dann gibt es natürlich viele Elemente in meinem Garten für die Tiere. Hier war es für die Wildbienen. Da sind auch schon fleißig Wildbienen eingezogen. Ich habe mich mega gefreut. Auf einmal ging es los und zack, zack waren die ersten Löcher dann dicht. Also das wird schon mal ganz gut angenommen. Auch auf der anderen Ecke habe ich was für die Wildbienen gebaut. Wow, das kann ich ja jetzt gerade auch erst sehen. Da sind noch viel mehr Löcher dicht mittlerweile. Hier vorne rechts noch eine Insektenpyramide, beziehungsweise eine Pyramide für andere kleine Lebenbewesen. Es gibt überall im Garten Stellen, wo ich was für die Tiere gemacht habe. Sprich, hier vorne könnt ihr sehen, bei den Sonnenblumen beim Mais, da habe ich überall Totholz. Es gibt Eidechsen etc. Definitiv richtig coole, schöne Lebensräume. Das wird auch fleißig genutzt. Ich sehe immer wieder Eidechsen. Gerade auch vor zehn Minuten hat sich eine gesonnt. Und auch hier vorne könnt ihr sehen, da habe ich alte Dachpfannen, quasi ein bisschen zweckentfremdet. Nicht nur, dass es ein richtig schöner Wärmespeicher ist, Wärme abgibt, ist das dann auch wieder Lebensraum für die Insekten, für die kleinen Lebewesen, die sich da in den Zwischenräumen wohlfühlen. Und genauso hier vorne, ich habe es im letzten Video auch gezeigt, nee, gar nicht, das war das vorletzte, da steht ein Insektentränke. Also auch fürs Wasser ist gesorgt bei mir. Da gibt es noch andere Stellen. Ja, und hier vorne könnt ihr erkennen, ich habe es ja so ein bisschen angeschnitten, ein selbstdingendes Beet. Ich will das ganz kurz vorstellen. Da gibt es aber ausführlich auch schon andere Videos. Und ich werde auch nochmal ein ausführlicheres machen. Das Kiholbeet ist so aufgebaut, dass in der Mitte quasi der Kompost reinkommt und drumherum angebaut wird. Das hat viele positive Eigenschaften, bringt viel Positives mit. Und ja, aber das sind alles in meinen anderen Videos. Jetzt hocke ich hier von meinem System aus Hochbeeten, Sonnenfalle und so weiter und so fort. Zäune, auch ganz viel Lebensraum für die Kleinstlebewesen, wie jetzt gerade schon ein paar Mal angemerkt. Die haben hier in den Zwischenräumen richtig schönen Platz. Dachziegel wieder, Naturzaun, Gräser. Ich lasse ja auch wachsen gerne. Hier nochmal von der anderen Seite. Und hier links findet ihr die anderen Elemente, die ich gerade schon erwähnt habe. Dort vorne eine Sonnenfalle, Grassodenhochbeet habe ich auch schon angesprochen. Und der Rest hier vorne, der ist noch in der Entwicklung. Da will ich noch irgendwas Schönes an der Randung reinbauen. Angrenzend und dem Ganzen gegenüber habe ich dieses Naturzaunhochbeet erschaffen. Ja, nicht nur ich mag es, viele kleine Lebewesen auch. Ich glaube, da sind schon an die 15 Kohlrabi-Pflanzen einfach verschwunden. Da muss ich mir noch was überlegen, was ich da da mache. Ich weiß nicht, ob das die Tauben sind oder ob die Schnecken so richtig abgehen. Da habe ich einen großen stehen, den haben sie in Ruhe gelassen. Aber da vorne direkt, das Ding ist komplett abgenagt. Zur Orientierung, da vorne ist mein Gartentor. Hier vorne ist das ganze gerade vorgestellte System. Und ja, gehen wir mal weiter. Da gibt es noch mehr zu zeigen. Ich komme von da drüben nochmal Richtung Keyhole-Beet. Beziehungsweise jetzt geht es kurz um das Zuschauerbeet. Das Ding ist ja im Aufbau, wie schon erwähnt. Und ihr könnt übrigens immer noch abstimmen, welche Pflanzen reinkommen. Solange das Ding noch nicht fertig ist, werde ich das auf jeden Fall alles berücksichtigen. Dazu gibt es ein Video, das werde ich euch nochmal oben rechts verlinken, wenn nicht schon getan. Steht auch im Titel mit dem Zuschauerbeet. Und dort könnt ihr direkt über die Infokarten abstimmen und mit beeinflussen, was hier reinkommt. Und am Ende der Geschichte wird das so aussehen. Was heißt Ende der Geschichte? Ich werde irgendwann im Sommer eine Ernte haben. Pack Kartons fertig und ihr da draußen könnt das gewinnen. Alle weiteren Einzelheiten findet ihr in diesem ausführlichen Video. Ich glaube, zwei, drei Folgen liegt das zurück. Jetzt stehe ich beim Zuschauerbeet und ja, dann geht es einmal vom Keyhole-Beet rüber. Ich habe ein Mini-Gewächshaus, da wartet noch ein Strandkorb, den ich recyceln werde und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir auch schon ein bisschen in die Zonen, wo es gemütlicher wird. Aber es warten noch ein paar Pflänzchen, die ich zeigen möchte, beziehungsweise Orte, wo ich was anbaue. Nochmals für die Orientierung. Ich möchte euch nicht zu sehr verwirren. Ja, gegenüber von diesem ganzen System hier habe ich einen Platz geschaffen. Da vorne steht meine selbstgebaute Bank. Und dann habe ich da lotter Pflanzen stehen. Vieles aus Erfstadt mitgebracht. Das werde ich euch aber in einem anderen Video erzählen und zeigen. Ja, und hier habe ich einen schönen Apfelbaum stehen. Und darunter hatte ich letztes Jahr die Zucchini-Pflanzen. Das werde ich dieses Jahr auch wieder verfolgen, wenn genug übrig bleiben. Im Moment weiß ich noch nicht. Könnte knapp werden. Ich glaube, ich habe das ein bisschen knapp kalkuliert. Aber dafür viel Erfahrung gesammelt durch direkte Experimente, sage ich mal, im Garten. Jetzt nochmal ein Blick vom hinteren Bereich nach vorne Richtung Gartentor, damit ihr euch auch wieder so ein bisschen orientieren könnt. Hier ist der gerade gezeigte Apfelbaum. Und hier stehen nochmal zwei Hochbeete. Hier ist auch schon einiges im Gange. Das rechte Beet ist ein Beet, was ich im Herbst angelegt habe. Habe da auch Salat, Radieschen, alles durch den Winter gekriegt. Ich habe richtig geile Ernten gehabt jetzt zuletzt. Völlig überraschend. Man hat mich anfangs optimistisch genannt, aber die ganze Geschichte war sehr lohnenswert, muss ich sagen. Jetzt werde ich noch einmal so enternten, dann wird alles mal umgebuddelt und dann kommt da was Neues rein. Und gegenüber habe ich schon Tomatenpflänzchen drin. Ich zweckentfremde ja gerne irgendwelche Sachen. Und ja, hier sind vier tolle Tomatenpflanzen reingekommen. Im Hintergrund könnt ihr sehen, da sind die Hochbeete, die ich gerade gezeigt habe. Und ich laufe jetzt so ein bisschen neben meinem Podest her, damit ihr ein bisschen Eindruck kriegt, es geht ja alles so ein bisschen über Ebenen. Also ich laufe mal hoch, mal runter. Im ganzen Garten, Wege angelegt. Mittlerweile mit Inkarnatklee fange ich an, damit die Quäke, das Unkraut keine Chance hat. Hier geht es nämlich hoch. Da habe ich ein kleines Tomatenpflänzchen. Das hat mal richtig Frost abgekriegt. Ich dachte, wer tot ist irgendwie weitergewachsen. Kommen neue Blätter. Das gleiche gilt für die Pflänzchen hier vorne auch. Ja, hier habe ich auch noch ein bisschen was vor. Da bin ich gerade rumgekommen. Ich habe einmal beim Podest rund um Weide gepflanzt. Da ist der Weg, über den ich hierher gelangt bin. Und da habe ich vorne zur Begrüßung gesessen. In Blickrichtung da. Überall Weide, Weide, Weide. Aber auch Mohn, Mohn, Mohn. Das ist so schön zurzeit. Ich genieße das richtig. Da vorne ist die Bank, meine Sachen. Hier ist noch ganz viel Recyclingmaterial. Da muss ich so Nägel rausziehen, zurechtsägen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, jetzt komme ich zu dem hinteren Bereich. Der ist bisher eigentlich nur in Planung. Denn ich sammle ja ganz viele Sachen aus dem Sperrmüll. Ich möchte recyceln. Ich möchte den Dingen noch länger Verwendung geben im Sinne der Nachhaltigkeit. Und ja, ich habe hier rechts neben mir einen Bunker. Der ist fast vier mal sechs Meter. Da lagern schon ganz, ganz viele Sachen, die darauf warten, verwendet werden zu wollen. Aber ja, wie gesagt, das Ganze hier ist im Aufbau. Ich nenne es mal eine Kreativo-Oase, diesen Bereich. Und es gibt hier noch ein Pavillon. Es gibt da noch eine Chill-Ecke, der Bunker selber. Und das werde ich euch jetzt erst mal zeigen. Das ist mein Bunker. Rechts daneben hatte ich schon Tomaten angebaut. Aber der ganze Bunker war eingehüllt in Erde. Ich habe hier ja schon richtig Erde bewegt in diesen anderthalb Jahren. Ich bin immer happy damit, weil es macht auch mega Spaß, so Stück für Stück den Dingen Form zu geben. Und ich mag auch dieses langsame, für andere mag es vielleicht schnell gegangen sein, aber ich mag dieses langsame Arbeiten auch. Ja, es bringt einen runter. Ich habe da sehr viel Freude dran. Und wenn die Kreativität nebenbei auch noch ein bisschen mehr Raum und Platz kriegt, kommen da ganz wundervolle Sachen raus, wie ich finde. Also für mich ist das auf jeden Fall sehr zuträglich. Also ich habe gesagt, der Bunker ist 4x6 Meter groß, so circa. Einmal rundum, wie gesagt, war Erde. Da hinten, vielleicht kommen wir da gleich nochmal hin, im hinteren Bereich, da ist hinten auf jeden Fall noch Erde da. Hinter dem ganzen Bunker auch. Und hier vorne die ganze Erde habe ich schon weg. Hier war richtig viel Erde. Und das habe ich überall im Garten verteilt. Ich habe auch aus dem Boden super viel Bauschutt rausgeholt. Und ihr habt das vorne an den Permakulturelementen für die kleineren Lebewesen. Ja, da habe ich das ganz gut recycelt und untergebracht. Also der Sache noch einen sinnvollen Nutzen gegeben, anstatt einen Riesenaufwand zu betreiben und die Sachen vielleicht zum Recyclinghof zu fahren und so weiter und so fort. Also es gibt da halt auch andere Optionen und Wege. Hier bin ich jetzt im hinteren Bereich und da könnt ihr das sehen, die ganze Erde. Hier muss noch ordentlich was weg, das sind noch einige Kubik. Da ist so mein Weg, um ein paar Sachen loszuwerden. Und hier hinten geht ein Weg hoch, in eine Wohlfühlzone von mir. Direkt daneben, von hier sieht man es vielleicht noch nicht ganz so deutlich, werde gleich nochmal die Perspektive wechseln. Das ist mein Pavillon mit ganz viel Charme. Und ja, ich würde es am liebsten genauso hier stehen lassen. Aber es gibt natürlich ein paar Auflagen. Und deswegen, da werde ich irgendwann mal bei müssen. Es regnet noch ein bisschen rein, aber es hilft mir auf jeden Fall, meine Sachen aufzubewahren, die dem Regen nicht zu nahe kommen sollen. Jetzt könnt ihr ein bisschen mehr sehen, das Ding steht sogar schief. Meine Kamera steht gerade schief und das Ding steht gerade. Ja, und alles ein bisschen auch versteckt hinter diesem Johannesbärstrauch. Das war mein Garten, alles andere in weiteren Videos. Es geht ja jetzt noch darum, ein paar Impressionen aus Erftstadt zu zeigen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Da sind schöne Fotos entstanden, noch ein paar schöne Momente, Interviews sind dabei. Also unbedingt da anschauen. Ansonsten, für alle, die mich noch nicht abonniert haben, lasst gerne ein Abo da. Da bewertet meine Videos. Ich würde mich sehr darüber freuen. Insekten lenken mich immer wieder gerne ab. So, aber Erftstadt ist jetzt da. Selas von Projekt Schrebergarten. Wie viele Abonnenten hast du und seit wann bist du so ungefähr online mit YouTube? Dezember 2017 ging es los. Bei Abonnenten bin ich irgendwo etwas über 1200. Okay. Was sieht man auf deinem Kanal? Hast du dich auf irgendwas spezialisiert? Ja, mir geht es hauptsächlich um Nachhaltigkeit. Der Garten ist so meine Kommunikationsquelle. Permakultur sieht man an und ich sammle ganz viel aus Sperrmüll raus und mache da halt noch was draus. Cool. Nenn mir dein Lieblingsobst, dein Lieblingsgemüse und dein Lieblingsgericht. Also natürlich Äpfel, Gemüse, definitiv Tomaten, obwohl die ja auch zum Obst gehören. Aber ich nehme sie mal. Und Lieblingsgerecht Kartoffelpauva. Ja, Reibekuchen, wie auch immer ihr das hier nennt. Ja, esse ich auch total gern. Rösti in der Schweiz. Würdest du deinen Job aufgeben, wenn du mit YouTube so richtig schön viel Geld verdienen würdest? Das ist auf jeden Fall meine Berufung. Also die ganze Gartengeschichte auch darüber hinaus. Läuft ein bisschen was Richtung Gartner, geh an Schulen und so weiter. Also das ist definitiv mein Ding, das werde ich weiterverfolgen. Okay, cool. Und jetzt sag mir noch deinen Lieblings-YouTube-Kanal, außer deinen eigenen, außer Rigotti. Du willst deinen jetzt hören, oder? Außer Rigotti. Mein Lieblings-Kanal ist heute tatsächlich gar nicht da. Die Waldgarten ist da. Stimmt. Ja. Die fehlen. Ganz toll, so meine Permakultur, da lerne ich so viel, da ziehe ich ganz viel raus. Okay, super. Lars, ganz herzlichen Dank. Super, ich danke dir. So, jetzt habe ich den Lars hier von Projekt Schrebergarten. Hallo. Hallo Lars. Ich stelle dir jetzt mal nicht die typischen Fragen, die ich den anderen gefragt habe, sondern wie bist du auf dein Konzept des Gartenlebens, kann ich das so nennen, gekommen? Ja, wo hat das angefangen eigentlich? Eigentlich im Privaten, dass ich letztendlich mit wenig auskommen musste aufgrund meiner persönlichen Situationen und dann kommt auch irgendwann das Selbstversorgerthema ein bisschen auf. Und ja, mein Herz ist sowieso ein bisschen in diese Richtung Nachhaltigkeit, ein bisschen gucken, wie es unserer Umwelt geht. Ich kann einfach nicht weggucken. Ich mache da eigentlich viel zu viel traurig, aber ich versuche mich dann lieber ein bisschen auf die positiven Sachen zu beschränken und versuche die Leute damit auch anzustecken. Ja, ich finde das super. Also besonders, du bist ja Kleingärter, so wie ich. Dein Kleingärter sieht aber absolut nicht so aus wie die, die man so kennt. Hast du da keine Probleme in deiner Anlage? Nein, also bei uns ist das bisher alles ganz entspannt. Die sind auch ganz begeistert und interessiert, was ich da so mache und habe ja nur noch vorne den Foodsharing-Stand. Da sind die mit beteiligt und irgendwie ist das mehr gemeinschaftlich als irgendwie jetzt streng nach Gesetzen. Klar, ich muss Sachen beachten, wie zum Beispiel Kompost, wo setze ich den hin? Ich habe jetzt das Kirobeet, hast du ja gesehen, das ist eigentlich schon im Bereich, das ist kritisch, aber ich gucke halt, was ich dann da hinpacke. Und dass man vorne keinen großen Hecken baut und so. Du kennst das ja alles. Ja, ich kenne das leider. Also ich weiß ja nicht, was ist denn bei euch strenger? Ja, also wir sind, ja die Anlage gibt es. Tiere waren ja auch bei euch auch verboten. Genau, Tiere sind bei uns verboten. Bei uns auch. Leider, außer Bienen. Die habe ich ja. Ich habe zwei Bienenvölker. Da traue ich mich noch nicht dran. Ist überhaupt, ist nicht so schlimm, wie man denkt und man muss auch echt keine Angst vor haben. Ja, was ist ein bisschen strenger? Also wir haben noch, wir haben eine relativ große Anlage, 380 Leute, Gärten. Und ja, wir haben halt noch, jetzt kommt wieder dieses Klischee. Die meisten Leute, die denken, Kleingärten, da sitzen nur über 80-jährige Leute, die spießig anders. Genau, den Trend kenne ich bei uns übrigens auch, dass immer mehr junge Leute und gerade junge Familien kommen. kommen. Es ist schon viel lockerer geworden, aber so Heckenschnitt zweimal mehr zu bestimmten Zeiten. Ja. Diese Zaun, nicht höher als 1,5 Meter Meter Tee. Man muss so... Die Geschichten kommen ja, man muss mal drüber nachdenken, von wann die Sachen stammen. Das sind Krieg-Notfallpläne gewesen, dass die Leute sich versorgen können. Und deswegen gibt es so und so soll das sein. Man soll auch in die Gärten reingucken und können. Es wird sich auch wahrscheinlich so schnell nicht ändern, aber ich finde das schon ein bisschen... Also da, wo ich herkomme, ist es toleranter. Gewisse andere Sachen wiederum nicht. Ich bin definitiv für Tierhaltung, das ist etwas sehr Positives. Ja, ich auch. Wenn es jetzt um einen Hahn geht oder so, der laut ist, dann muss man schon Rücksicht auf die anderen nehmen. Es ist ein Nachbarn. Die Gefühle anderen Menschen sollte man dann immer berücksichtigen und respektieren, finde ich. Ja, ich glaube, das ist das größere Problem. Wenn die Leute sich alle da noch wirklich dran halten würden, so wirklich nur 3-4 Hühner und ich 50 auf einem 200-Quadratmeter-Garten, dann wäre das, glaube ich, auch ganz anders. Aber vielleicht sollten wir mal eine Petition stellen, dass das Kleingartengesetz geändert wird. Fang an, nicht unterschreiben. Ja, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ne, aber hast du vielleicht irgendwas den Leuten noch zu sagen, gerade den jungen Leuten, dass sie sich dafür entscheiden sollten oder dass sie mal ein bisschen umdenken sollten? Umdenken sollten ist so eine Sache. Ich sage immer, ich möchte die Leute lieber anstecken durch das, was ich tue. Ich bin auf jeden Fall immer dafür, dass so früh wie möglich einen Garten in Verbindung zur Natur kriegen, weil alles andere, Computer oder ich sage mal Schnelllebigkeit, gerade auch dieser Leistungsdruck heutzutage, der entfernt einen so von der Natur und von diesem Natürlichen. Ich muss aber auch sagen, das ist das eine, was ich natürlich vielen Kindern auch wünsche, dass sie da in Kontakt kommen. Das passiert aber größtenteils schon. Also ich merke da, bei uns gibt es eine Schule, die bietet auch eine Garten-AG letztendlich an. Wahrscheinlich werde ich das bald machen. Und also die Schulen orientieren sich auch um. Also ich merke da schon so einen gewissen Umbruch. Ich kenne das von früher ganz anders. Ja, das stimmt. Das ist generell so ein bisschen, das Interesse ist größer geworden. Das, was du hören wolltest? Nein. Doch, genau. Ich will das hören, was du zu sagen hast. Ja, das weiß ich. Ich wusste nicht, ob ich jetzt gerade abgeschweift bin. Nein, nein, kein Problem. Ja, ich entlasse dich jetzt auch schon wieder. Vielen, vielen Dank für deine Antworten. Ja, gerne. Ist das okay, wenn ich deinen Kanal verlinke? Ich frage die alle. Muss man ja fragen. Selbst einen Moment. Wenn das nicht klappt, kommt es unten in die Videobeschreibung. Ich frage immer. Ja, okay. Ich weiß nicht. Zu jedem Wort. Ja. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Viel Spaß noch hier. Und wir sehen uns bald wieder. Spätestens in einem nächsten Video, wenn ich es mir angucke. Ich sage danke fürs Video. Gerne. Und tschüss. 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 Gera. Bi- Especially grandma tidakμαkank. Duos nicht herrschenkernisch. Tschüss. Choo? Tschüss. shepherd Lampe. Ich sage tschüss, euer Lars, bis zum nächsten Mal, ich bin raus.